Willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas yeah und ich bin hier in Los Santos bei der Villa von Matt Dogg hier mache ich die Mission weiter als erstes mal wieder in Los Santos so ähm schöne Aussicht und wir starten oh Will you please leave yourself alone oh You shouldn't be choking the gecko in the first place remember what happened to that gig in Amber that's my dog That groupie loved it That wasn't a groupie. That was a roadie But she had great tits Mann-Tits! Sie waren Mann-Tits! Ey, was ist passiert? Ey, wo die Snau ist das? Ich weiß nicht, bruv. Es ging einfach. Du bist scheiße, R.P. Ich kann nicht die Verantwortung für Dordgy Gear, okay? Komm schon, wir zusammen, Mann. Wir können nicht mit dem Gehlauch. Endlich! Ich dachte, ich würde niemals mit dir kommen. Was ist das? Torino! Ist das du? Was ist passiert hier? Torino? Hold up, mate. Hold up, one second. Communists at the gate, Carl. I'm tired of this, Torino. I'm outside. Let's take a ride. No, I'm eating things! Fuck me! Ey, I gotta get out of here. You got this? Ey, dawg, I gotta go hit a marketing meeting. I'ma catch you later. Alright, my name goes Sunshine. Yeah, sweet ass. Come on. You havin' that, Mecca? You havin' that? I'ma die in the eye of the storm. That's my death. Well, no invite to the housewarming, huh, kid? I knew you'd come anyway. Yeah, well, that's not important right now. I'll bring you up to speed on the way. Get in. How long is this gon' take? I got my own shit to worry about. Would you like to see your brother this week? Yeah, what can I do? You just gotta steal a military jet off an amphibious assault ship and use it to destroy a flotilla of spy ships. Nothing big. Oh man, you shittin'. What I shit you, Carl? There's a boat. All the gear you'll need is on board. I'll keep you brief as you go. I ain't coming back from this one, am I? Yes, you are. Don't be ridiculous. Here, take this earpiece. Trust me, do as I say. You'll be home for a blowjob on a bologna sandwich. On the inside, I will not help you. Well, can you help me now? Uh, well, no. Actually, no. I'll keep you brief as well. I've heard of talking. You're going to work. No. 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 , das war knapp. So, wo sind die Zornane? Da? Geil. Da ist einer. nein ja lauf genau rein so scheinen wir das ding mal ab die abschussvorrichtung klau ein der mit herz so weg oder kommen ja du dich jetzt wird rumgeballert aber keine alarmiert den alarm aber da stehen schon welche ja klar jetzt auf einmal scheiß auf euch oh mann wie fliegt man das benutzen um zwei und um acht und die ausrichtung der ach ja so war das irgendwie so wo muss ich hin da ist was auf der karte angezeigt da fliege ich mal hin oh 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 shit 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 wo sind die wo sind die sind die ohne mehr wo ok soll ich ausschalten da sind die nein haha nicht getroffen haha da oh bin ich so gut du bist mein erstes opfer ich denke das reicht yes ist ja hier ein richtiger luftkrieg noch zwei ich denke das reicht nicht doch der macht es nicht mehr lange genau so noch einer da und der fliegt noch aber nicht mehr lange jetzt der ist auch weg oder ja genau alle feindliche jets zerstört jetzt zerstöre die spionage schiffe das war ja doch leichter als ich gedacht habe hier einer gegen drei ich gewinne haha so wo sind die ok ok geht das mal achso ach nein nicht in die position wie war das nochmal gedrückt halten ok so ja den kriege ich reicht das boah das ist hier echt schwer noch drei weil hier kann man den sehr schlecht nur fliegen ok da war noch einer oder ja noch zwei das müsste reichen noch eins ah man ich war doch schon da so so ja das war's jetzt muss sich das Ding nur noch landen ok ok ja ich lande ich lande sehr schön hat ja sehr gut geklappt ganz langsam runter steht er jetzt immer hier schau das flugzeug in den hangar so gemacht wo ist der hangar achso so ich glaube der bleibt dann da immer stehen den kann ich gut gebrauchen kann man mit dem auch die Bürgerwehrmission machen ich glaube nicht oder yeah die Hydra wird nun immer in diesem hangar verfügbar sein 50.000 sehr schön das kann ich doch gebrauchen äh ich schau kurz mal ob man da irgendwas ob da nein das war klar schade mit dem hätte ich gerne die Bürgerwehrmission gemacht naja ok das war's für den Part im nächsten Part geht es dann weiter mit einer Nebenmission wieder yeah also macht's gut und ciao ciao